also heute sind wir bei deinen weiße öffnung letztes mal bei dir haben wir ja hier viel schwarze öffnung macht hast du etwas davon übernommen oder ist er noch so das alte programm im start ich habe quasi alles übernommen und das ist das fragen ich bin in theorie ok ja ich wollte ja gerade noch was erzählen seitdem wir trainiert haben bin ich ja auf 1965 elo kurzzeitig gestiegen also das hat schon was gebracht ich sag es ja immer ich sag es ja nicht um dich zu ärgern ich sag es ja dass du ein guter spieler bist wenn die öffnung noch ein bisschen besser werden dann zack sky is the limit ja die leute die leute sagen ja immer man soll die leute sagen ja immer man soll taktik training machen und endspiele und so weiter aber wenn du gut stehst am anfang ist schon ein ziemlich krasser vorteil ist ja auch ein besserer flow wenn du gleich druck machst so also ich war ich glaube schon dass eröffnungen echte hilfreich sind das stimmt das stimmt ja wenn du wenn du bei den ersten drei zügen schon eine figur einstellst dann stehst natürlich schlecht da bringen dir die besten taktiken auch nichts mehr war eben eben immer figur hinten ja ok warte ich mache hier sogar noch die engine an das chat auch verschenkt also machen wir heute für weiß oder was wie ist denn so dein weiß programm du bist so e4 typ wahrscheinlich also mein weiß programm ist ja ja ich bin ich bin ich bin eigentlich also wenn es geht spiele ich natürlich scotch gambit das ist mein absolutes lieblings lieblings gambit und was spricht denn noch wie geht es gar nicht mit d4 oder mit läufer c4 ich fange direkt an mit d4 ich mache direkt ab durch die mitte ok den schlagen die ja wohl genau die schlagen den und dann war zivieren und du wirst es wahrscheinlich schon an ich bin nicht so ein riesen fan hiervon also wobei wir können erst mal jemand anfangen wir können erst mal ja dein scotch gambit verbessern bevor wir uns alternativen widmen ja ich habe richtig lust so ein richtig krasser solider italiener zu werden ich habe da irgendwie lust drauf kreisigkeit kannst du auch spannende spiel varianten echt was gibt es denn spannendes was solide ist könnte es normale schotte spielen das ist relativ spannend aber es ist gefährlich zu spielen ja der jute jute kasparov hat der jute resultat resultiert und für den satz feierst du diese einfach genial einfach genial jen oder ok also schottisches gambit läufer nach c4 gut schwarz hat ich würde sagen zwei hauptmöglichkeiten er läufer nach c5 und sprecher nach 6 ich vermute das sind die züge die dir am häufigsten begegnen sonst wer die Leute quatsch machen so h6 ja läufer b4 ja kann man auch machen läufer b4 was machst du dann spielst du c3 aggressiv ja auch ne ja c3 c3 sie taken und du roch hier ist wahrscheinlich oder jawoll gerade das sieht doch schon gut aus laufer b4 bin ich nicht so mit beschäftigt das wäre mir glaube ich zu gefährlich nimmt nimmt ja wo ich schätze mal die meisten trauen sich nicht zu nehmen hier oder auf meiner elo nehmen sie dir tatsächlich den nehmen sie ok ja da hast du natürlich super starke bishops das ist schon heftig das wäre selbst mir zu gefährlich und ich bin sehr materialistischer typ ja ist schon schwierig also da stehst du schon gut ne ja jetzt springer raus zum bauer e5 ja ist das so ich habe mir so eine so eine kleine eselsbrücke gebaut immer wenn der springer nach nach f6 spielt im scotch gambit bin ich eigentlich fast immer e5 was nichts falsch immer mal rauf wie geht das hier weiter die von fahrer weiß gewinnt schon ente passende oder nee ich glaube nicht ente passende bei ente passende gibt es ja den druck so ein bisschen auf jetzt könnte ich ja sogar zum beispiel einfach hochieren also das ist gleich nichts ja stimmt das habe ich mir auch beigebracht quasi das gott gern mit willst du immer druck machen immer wenn du da aber den druck verlierst dann bist du weg vom fenster kann allgemein wenn du so gambit spielst musst du ja druck machen weil du hast ja schon was investiert deshalb musst du den druck aufrechterhalten aber hier können wir den druck tatsächlich aufrechterhalten wir schlagen den sprenger der bauer frisst sich hierdurch läufer wird geschlagen so schach zack ich verstehe er muss cover laufen laufen dazwischen jetzt ich glaube können auch schon gleich schlagen ja wir können sogar noch erst die dame vertreiben und der eins ich feiere das gerade richtig dass wir das gott gern mit durchnehmen war wir müssen erst mal hier dass das bestehende verbessern danach kümmern wir uns um alternativen dazwischen g7 tromach g8 springer rauf und hier ist schon sind schon schlechter schon zack zack das ist schon vorbei und man sagt auch er gibt auf engine sagt hier ist durch ja also läuft aber jetzt habe ich jetzt auch nicht so oft auf dem brett also hier nach e5 der springer kann man wegziehen also sprach von versprecher g8 wo die meisten man sogar schwein g8 spielen sieht auch sehr gefährlich aus die stimmung versprecher c3 würde ich sagen ja entwicklung war entwicklung ist ja auch irgendwo key so sagt man ist jetzt nicht schon irgendwann da mal die vier spielen und macht oder damit ist es die viel und die von 45 ist ja dass die zahl am rand ja ich brauchte mal ein bisschen ich verwechseln wir immer e4 und e5 und also generell fünf und vier das kommt bei der zeit ist das kommt macht der gewohnheit war ich jetzt mal für springer e7 hier ist so typischer angriffs move wie kannst du druck machen das sieht nach kann ich hier druck machen sagt wir machen druck pass auf machen ganz viel druck es ist jetzt aber nicht man schlägt auf f7 und dann ist es auch immer als wir haben oder es geht immer um f7 aber ich glaube schlagen ist hier noch zu hart macht man die druck in der stellung die engine sagt auch schnell da ist irgendwas im busch du stellst mir immer fragen naja wenn ich alles hier vor kaudern dann bleibt ja nicht alles hängen ist ja besser wenn man immer selber kurz darüber nachgedacht hat und dann dann machen wir hier chat sagt ja auch sprecher g5 stimmt wenn jetzt schwarz roch hier würde das wäre typische reaktion auf ein angriff dann dame h5 genau das ist das habe ich vom stafford das habe ich vom stafford diese der heißt muss der fortmuster zack zack voll das schon durch also müsste schwarz wahrscheinlich hier jetzt den bauern schlagen also letzte chance hier zu decken aber hier ist schwarz zu unterwickelt zum beispiel ich weiß nicht ob das forciert ist aber es ist eine schöne computer weil der sprenger c nach e4 legt hier den nächsten läufer frei jetzt hier der sprenger schlägt laufer schlicht g7 auf den turm an und droht schachmatt turm g8 matt in einem zu alter das ist das ist echt 1 könnte man fast schon als massadmate verbuchen war also fast ich weiß nicht was das massadmate ist ja so ungefähr also ein bisschen so ich weiß nicht wie sie wir hier gekommen ach so über laufer b4 er ist glaube ich auch ist echt ein bisschen zugewagt also laufer b4 ist wo ich probleme habe ja bei welcher variante laufer c5 also ne sprenger 6 h6 einfach also genau jetzt h6 genau das war doch kein sinn es verliert oder einfach ein tempo also ich weiß dass viele so ja in sich oft fortgeschrittene aber nicht so weit fortgeschrittene so spielen weil sie angst haben vor sprenger g5 und das verhindern wollen aber hier wenn du einfach reichreich ist ja hier brauche ich was trickreich ist irgendwie ich habe auch ein trickreiches hier einfach hochieren was wir in schwarz machen h6 verliert er so viel zeit ja gut dann einfach ich habe ja immer den bauern genommen das kann man wahrscheinlich auch mal ich würde erst mal auch hier in der welt jedoch alle möglichkeiten offen du bist ja gambit spieler und eigentlich sind dieselben muster als laufer c5 kommt was wieder c3 und hier hast du wieder die alten tricks sich schon kennst also schlägt schlägt wasser okay aber auch hier in der nächsten zeit sprach 6 kann ich vom springen oder sogar tor mehr 1 ganz leben aber e5 sieht gut genug aus also prinzip aber eine bessere version deiner ganzen varianten bei rochard und h6 ist natürlich für weiß eine gute einschaltung nämlich somit auch hier habe ich sechs kochen wir jetzt mal hier der butter bei die fische was machst du dann jetzt kommen wir zu den guten da spiel ich immer c3 ok also du hast natürlich auf die schlicht c3 das ist ein fehler aber gehen wir erstmal durch weil das wird dir häufiger begegnen vermutlich ja das ist den bauern nehmen echt viele jetzt haust du rein genau jetzt haben wir rein ach wichtig dabei zu sagen ich glaube es gibt manche die so sicherlich schlauch vorkommen wenn sie den läufer jetzt nicht nehmen was natürlich quatsch ist aber es gibt glaube ich so immer die genau das habe ich auch schon oft auf dem geld ich kenne ich kenne meine schottischen gambit pappenheimer ich weiß tatsächlich gar nicht was ich jetzt immer spiele da könnt ihr es natürlich dame die fünf spielen würde ich nicht machen könnte aber auch den bauern einfach nehmen mit dem sprenger bringen c3 wenn er den bishop nimmt dann hast du ja immer da mit dem könig also ich denke auch man kann hier einfach schlagen und schwarz fragen was hast du dabei gedacht war eben nicht ganz sicher aber zum läufer f2 das sieht sehr riskant aus könig f2 könig f7 das ist glaube ich zu riskant also die idee war einfach hier noch ein bauern mit in den tod zu reißen aber der könig ist zu weit offen kann man nicht machen jetzt torm f1 könig weg rauf da ok sprenger c3 ok also könig f8 nicht gut kürich f7 jetzt das ist ja der doppelte jawohl dann schach dann geht er auf d8 und dann dame h5 genau die meisten gehen jetzt ja hier hin damit du nicht mit schach schlägst und hier ich weiß nicht ob du das machst hier ist glaube ich die feinheit dass man jetzt noch ein zwischenschach gibt ist noch wichtig ja genau dame h5 das habe ich einmal vergessen als du zugeguckt genau genau das habe ich mir gleich gemerkt deshalb immer erzähl ich es ja alles klar kennst du den trick wobei ich gar nicht weiß ob es viel bringt aber es ist der trick den man immer so lernt ja damit man diese diagonale da frei macht ja du willst g6 provozieren und jetzt ist hier genau wenn geschlagen wird macht der stress wobei ich glaube dass damit c5 auch ok ist also ich glaube es macht keinen riesenunterschied ja ok das können wir hier schon war es immer ein bisschen besser so das ja ist keine variante vor der angst haben muss der gute zug ich weiß nicht ob das viele machen ist sprenger f6 also das ist wie schwarz richtig spielt nach c3 content ich glaube da spiel ich immer f5 und dann nehme ich den bauern auf d4 f5 ist ok also jetzt c schlägt d ist die alternative das unter diese geschichten läufer b4 schach kennst du das hier sprenger nach c3 ist ich weiß nicht genau wie es heißt ich glaube das ist das max lange gambit aber ich denke dass alles max lange gambit heißt ist mir nicht sicher ich kenne irgendwie noch das haxo gambit im scotch gambit ich weiß nicht vielleicht ist das gleiche das hier kannst du dann noch ins programm mit aufnehmen ist nicht so gut aus als überraschungswaffe also e5 ist der beste zug bevor verwirrung entsteht nur hier für für variation so springe nach c3 läufer d2 kann man machen ist wahrscheinlich besser aber ist ein bisschen langweilig jetzt schlägt schwarz und spielte von von der stadt ist ungefähr ausgelegen spiel nach c3 was macht schwarz wahrscheinlich hat auch hier vielleicht meine elo können die alles spielen ja klar aber was ist der sinnvolle zug also so wenn rochade kommt oder was weiß ich dann eh von schluss aber gut ach so man kann den bauern nehmen auf e genau schwarz soll der schlagen und jetzt auch hier ist es haben wir baum kapfert wie es uns gefällt aber der schwarze könne ist eine mitte gefährliche stellung was sollte schwarz jetzt sich hoch ihren der springer sind angegriffen durch dass wir auch hier haben haben wir unseren springer entfesselt aber stimmt so attacken wir also für zeit schwarz gleich 6 das tor mehr anschacht das kann schon böse enden oder meinst du er spielt den f5 von der damen raus damit kann es auch nicht machen ach so du willst einfach ich bin dumm du willst einfach die fünf spielen d5 schlägst du also d5 springer schlägt d5 dann hängen die figuren wieder alle in der luft ja wo das hier war ich überlege gerade tut nicht so viel zur eröffnungssache aber ich überlege aber es funktioniert ja hier weiß am zug gewinnt chat ihr könnt mit raten ist eine schwere stärkung und wenn er schon sagt chat kann mitraten dann ist dann sind sie die großmeister gefragt chat hat schon raus der chat ist stark da haben wir eins genau genau greift beide springen man kann nicht beide retten geht noch ein bisschen weiter so sperr zu zweit am schlägt e4 aber hier setzen natürlich matt jetzt links wie rechts das überlebt schwarz nicht wie geht es da weiter ich weiß auch nicht deshalb sage ich so allgemeinplätze aber engine sagt hier schon springer 7 und weiß gewinnt einfach hier helfen die engine sagt es muss schon stimmten schlägt auf h6 springer ist weg und das droht hier sind aber hier fünf jahre sieben das musste ja auch nicht hier stehen wir d5 war schon quatsch nach speichert der vom schweiß ja schon riesig also das war er hier so bonus dieses dame 1 hier kann alles machen und steht besser also kommen wir lieber dazu was schwarz hier tun sollte aus auf c3 schlagen stimmt einfach schlagen mit dem springer ist gleich zu riskant einfach so gelernt habe ich lange nicht angeguckt ich vermute dass das stimmt springer schlägt bauer schlägt läufer schlägt c3 was kann weiß jetzt tun warte 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 das sieht gewartet ich rechne jetzt springer bischof schlägt f7 eine mit könig geben schach mit mit dem mit dem springer so ansprechen oder mit der dame ja mit der dame natürlich auch gewinnt den bischof zurück ich glaube das hier ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht wie geht es weiter ist die frage ich glaube wir gewinnen den den bischof zurück und stehen ein bisschen besser tatsächlich ich weiß nicht ob läufer f7 der beste zug ist aber es sieht okay aus also zum beispiel könig e8 dame f3 droht schach matt und greift den bischof huch engine was los engine gefällt es nicht ich glaube die über was anderes oder engine was für das ist gerade wagi kann auch sagen engine will noch genauer spielen engine will erst schach und jetzt dame f3 das ist ja schon wieder engine quatsch g6 provozieren das hilft hier eine eine variante das merken wir uns nicht ja das ist ja quatsch das ist ja quatsch da haben wir f3 da geben die gegner hier schon auf also ich glaube läufer f7 ist geht nicht als der gemeinste zug aber ist gar nicht schlecht und hier gut gespottet was ich früher gelernt habe ist hier dame nach b3 das hat man du hast genau diese variante gelernt oder wie das hier im jahr das jahr war 1991 ich kam in den hamburgers schachtclub da wurde gleich hier schottisches gambit gelehrt aber wie gesagt damals hatten wir noch einen stock für streize das ist ja mega nice mit ronni und norbert war zusammen der norbert hat ja der norbert hat die warum denkst du dass leute in hamburg ronni und norbert heißen ronni ist mein lieblings name ich nenne jene und ich nenne sogar sonja ronni echt liebe den ja ronni blum oder ronja geht auch ronja räubertochter jawohl wie dem auch sei also der der frank und der vincent im hamburgers schachtclub damals die haben wir gleich schottisches gambit haben mir gleich diese varianten hier gezeigt so ich weiß nicht genau wie es weitergeht ich glaube so schenker zu dazwischen ruki one und wir gewinnen einfach gewonnen okay ob man oft im scotch game mit seinen sein turm auf a1 das ist ja immer schachiges konkrete spiel also das ist glaube ich nicht so gängiges könnte ich mir vorstellen dass das bei dir häufiger kommen würde also auf 7 war okay hat da ein b3 ist auch schon giftig kannst du mal kurz zeigen wie wir dazu gekommen sind damit ich das visuell noch mal irgendwie also das hier war ja diese variante läuft c5 bau nach c3 jetzt der beste zug sprecher nach f6 und hier hat er schon gesagt was du machst e5 ist objektiv der richtige zug von dv5 dieses zeug das objektiv das richtige aber wenn du hier ein bisschen abwechslung willst nur dass wir uns richtig verstehen das hier ist kein besonders gutes gambit ich empfehle nicht das ständig zu spielen nur hier oben kugel buchen neue optionen zu geben bauen zu opfern kannst du hier statt e5 auch schlagen schwarz spieler wenn sie sich auskennen spieler b4 und springer dazwischen diesen bauen opfern wenn schwarz sich auskennt taken sie jetzt was man weiß das hat man gerade ja das hatten wir gerade doch hoch jedoch wir hochieren genau genau jetzt hatten wir eben springer schlicht c3 das ist wahrscheinlich ein fehler weil zu viel zeit verliert wir denken läufer schlägt und hier wir haben sieben besprochen da und b3 besprochen hier war jetzt hier die studioses wieder ankommen sagen nein in den läufer a3 ist aber noch genauer ich weiß ich wollte ihr die schönere variante zeigt läufer a3 ist auch stark den könig hier in der mitte zu halten da und b3 ist auch schon auch sehr sehr gemeint ja da war drei beschreibungen a3 gefällt mir sehr er ist auch schon hält den könig fest das muss man erst mal wissen dass man da denn den turm einfach hergeben kann aber wenn du so aufs brett guckst dann die entwicklung spricht ja für sich war ist ja auch irgendwie und hier du hast ja erst ja gesehen mehrere optionen sogar er sie gestehen ist zu zu gefährlich für schwarz ja also besser aus schwarzer sicht ist deshalb was könnte besser sein nach rochal mit dem bishop nehmen und dann die fünf genau auch recht ja das ist der beste zug und wenn weiß jetzt zurückschlägt dann spielt schwarz d5 und stabilisiert sich dann ist das nix deshalb nehmen wir hier nicht zurück direkt dame dame b3 da kann schwarz auch einfach auch hier das nächste fiff und stimmt oder direkt druck machen mit d5 man verhindert direkt d5 also es ist ein bisschen quatsch aber es ist so eine alte gambit variante die unterhaltsam ist und hier kann schwarz schnell verwehrt sein wenn sie jetzt hier sagen mir ist alles egal ich auch hier weg dann kannst du den bauern schlagen und jetzt stabilisiert schwarz ist nicht mehr so leicht steht alles ein bisschen bisschen in der wildnis rum deshalb muss schwarz hier was anderes tun sprengen nach e5 zum beispiel ist ein ein interessanter zug die stelle sicher ist wäre so eine typische stellung für deinen stream auch so könig in der mitte figur weniger man weiß nicht genau wir taken hier in dem moment wie war das er takt hier weniger fangen wir erst an zu rechnen also da sehe ich dich ja was macht weiß jetzt muss ich ich habe schon ein bisschen aufgemalt aber ja okay welcher feier kommt zuerst wir sind dran du nimmst man nimmt den bischof genau nimmst den bischof springer takt ja kann jetzt natürlich dame d4 spielen und beide springer angreifen muss gegen rechnen sieht im ersten blick gar nicht schlecht aus triple angriff greift g7 und e4 und c4 und hier leider leider kann schwarz hier mit rochade sich einigermaßen stabilisieren da weiß kompensation für den bauern aber nicht so viel mehr jetzt schlägt man an der springer der rochade ist der cheating die stimmung ist trotzdem noch nicht so klar ich weiß ja gar nicht welchen man nimmt e4 oder c4 nehmen wir den sprecher geht weg dann spielst du so c4 laufer b2 brauchen weniger aber dafür raumvorteil kann man spielen kann man spielen ja und die hoffnung ist natürlich dass schwarz hier zu gierig ist springer nach d6 spielt und dann dann sind wir drin dann sind wir einmal g7 voll rhein thomas sich retten thomas 8 dann wahrscheinlich die e linie besitzen thomas 1 genau erstmal druck machen und ist schon ist schon schwer für schwarz hier also computer seit leichter vorteil sagt dame e7 besser zug sich hier selbst bin ich bin auch geil was passiert nach f5 f4 jan ich sehe was langes weißes warte mal f5 geht die diagonalen sind offen haben auch man trappt die dame mein junger mann doch nach springer er bischof c5 haben wir keine felder mehr muss das schon mit dem turm dazwischen und dann nehmen wir trotzdem mit dem bischof weil der springer ist gepinnt lieber so sieht's aus ist die dame weg jawohl das ist gefährlich nice sehr sehr nice also das sind ich will nochmal also predig ich ja gegen quatschvarianten jetzt zeige ich dir quatschvarianten ich weiß nicht ob das produktiv ist also wir merken uns nach sprenger f6 bester zug e5 den bau und zurückgewinnen mit langweiliger stellung aber jo für die kleine quatschpartie zwischendurch kann man mal c schlicht d4 läufer b4 sprenger c3 ein zweimal probieren sprenger schlicht e4 rochade wir gehen es nochmal durch läufer schlicht c3 bester zug was macht weiß weiß ignoriert wobei das ein feil dass man den bischof nimmt ja feil ignoriert ich dachte man ignoriert den bischof und spielt einfach d5 genau bau nach d5 und eben hatten wir jetzt springer nach e5 ja ich zeige noch einmal die andere hauptvariante ok die andere hauptvariante ist den bischof wegzuziehen läufer nach f6 aha und dann nimmt man den springer ja komischerweise nicht wenn den schlagen würde würde der bauer zurückschlagen dann ist schwarz rechtzeitig hier d5 zu spielen wegzurochieren und weiß hat nicht genug genug spiel also muss verhindern dass schwarz hier zu d5 kommt wenn wir den springer angreifen ok dann äh wanda ist vielleicht zeit für den rooklift kann natürlich turm turm e1 genau turm e1 greift den springer an oder greift den an naja und hier muss schwarz schon ein minenfeld durchqueren also die variante ich zeig dir kurz die korrekte variante ist springer e7 turm schlicht e4 baue nach d6 laufe nach g5 weiß versucht schnell weiter druck zu machen also dafür dass du dass du scotch gamet und die ganzen gamets nicht magst kennst du dich aber ganz schön gut aus jan sag mal ich kenn mich ich kenn mich allgemein gut aber wie gesagt hamburger schachclub 1991 ähm das ist altes wissen aber ne ich muss das ja auch alles mit schwarz natürlich wissen ich bin ja e4 e5 spieler also ich bin natürlich auch muss gerüstet sein für all diese gamets ja gut aber wenn er gegen den großmeister spielt der wird wahrscheinlich nicht scotch gamet spielen man weiß es ja nicht er könnte er trotzdem ne also er könnte er könnte nicht dass sie einen überraschen hiermit also hier kenn ich auf jeden fall aus ja h6 und jetzt gibt es mehrere möglichkeiten ich hab immer dame e2 gespielt als ich jung war hier schnell trippeln ich bin noch nicht so lange her ne 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 92 ja 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 ich bin finde ich gut kann ja nicht mehr kasten ne so so er könnte kasten aber das wäre schon gefährlich ne tor und dame rüber so letzte schachaufgabe zu dieser variante jetzt wechseln wir seiten für schwarz wie kann schwarz hier den triple angriff einigermaßen parieren Moment, ich kriege hier nichts mit. Ich muss einmal Danke sagen. Zunächst mal danke für die Subs hier, die ich verpasst habe. Danke euch. Ihr wisst ja hier, Kugel, es ist schwer, da wegzugucken. Deshalb sind meine Augen natürlich ein bisschen hier auf Dr. Kugel gerichtet. Und danke gm-huschenbeet. Sagt mir jetzt nichts, aber vielen Dank für den Rate. Also schaut gerne mal auf gm-huschenbeet vorbei. Niklas, wie ist es? Niklas, grüß dich, Mensch. Rätzi. Was sagt Chat noch so? Wenn ich zwei GM-Spielen sehen möchte, bin ich hier richtig, habe ich gehört. Absolut, absolut. Gm Stockfish ist hier am Start. Hey, ich habe schon mal gegen Jan gewonnen und ich habe auch schon gegen Huschenbeet gewonnen. Kann man nichts sagen. Kleiner Reminder. Kleiner Reminder. Also ich weiß nicht, wie der Gesamtscore ist, aber ich glaube, da bist du vorne gegen Großmeister. Ja, stimmt. Wir beide haben ja 1-1, Jan. Wir haben 1-1, das stimmt. Wir hatten ja das Match bei Rocket Beans mehrere, da war ungefähr unentschieden. Dann letztes Mal, genau, du hast die Erste gewonnen, ich die Zweite. Ja. Ja. Also, aber ich glaube, langfristig, du wärst halt immer stärker. Bei mir ja nicht. Also, wir müssen da immer an der Handicap-Schraube drehen, bis wir dann eines Tages ganz normal hier Hats abspielen. Boah, das wäre so geil, ne? Junge, wir beide in Thailand, erstes Brett. Das wäre, ah, ich weiß nicht. Obwohl, erstes Brett, erstes Brett wäre super. Ich dachte, sonst wäre ich gegen dich spät im Thailand-Openspiel. Ist vielleicht bei mir was schiefgelaufen. Aber, ne, du hast dich da hochgearbeitet. Das wollen wir sehen. So. Ja. Diese Störung, was soll Schwarz machen? Ich male hier schon wieder vor lauter lange, nee, vor lauter Panik mache ich den Pfeil. Achso, Bishop, Bishop, äh, E6 war es, ja? Bishop E6 ist richtig. Man muss hier Turm E7 verhindern, deshalb musst du die Linie blocken. den Läufer dafür opfern. Und jetzt nach D schlicht E6. Jetzt muss man hier schnell dicht machen. Schwarz steht besser? Laut Engine willst du nicht. Ja, ja, ja. Es ist eine Trickvariante. Es ist eine Trickvariante. Schwarz steht hier gut. Aber Schwarz muss natürlich ja diesen hindernes Parcours überstehen. Schwarz spielt jetzt F6 und dann blockt er hier erstmal den Angriff. Es geht aber noch weiter. Es geht hier noch weiter mit diversen gemeinen Ideen. Aber ich weiß nicht. Ich will ja auch nicht zu viel Theorie zumuten. Wir sind jetzt schon im 16. Zug. Das ist ja eine Variante, die ich eigentlich nicht empfehle. Das ist nur eine Alternative. Hier ist es weiter mit Turm E3, Turm H3. Das versuchen die noch. Um hier das Feld H5 freizuräumen. Also, alles schon mehrfach gehabt. Das weiß ich nicht. Komplett auf Gewinn steht. Ist für mich ein Rätsel. Ja, ist ein bisschen unverdient. Aber wie gesagt, also hierher müssen die Leute erstmal kommen. Was wir uns merken müssen, Spray nach C3, Spray steht E4, kurze Rochade und Läufe steht C3, dann Bau nach D5 und es wird wild. Ist keine Variante für jede Partie, aber so als Überraschungs, als kleines Blitz-Snack, kleinen Blitz-Snack zwischendurch kannst du es mal machen. Jo, wird gemacht. Ich schicke dir dann die ganze Partie. Ja, das kenne ich von Etienne Gardet. Der schickt mir auch immer seine Partien. Dann gucke ich mir das an und dann freue ich mich immer. Ja, klar. Verstehe ich. Partien will man natürlich gucken. Aber hier, der Spray auf 6, Borna E5 ist natürlich okay. Damals Schwarz D5, wenn sie sich auskennen. Jawohl, D5. Das sind wir natürlich in Theorie hier, ne? Und dann hier Bischof B5. Genau, hier kennen wir uns aus. Spray 4. Raus den Bauern. Jetzt taken wir. Läufer geht weg. Läufer geht weg. So. Wie wär's denn? Man kann natürlich auch jetzt einfach den Springer nehmen mit dem, mit dem, mit dem Bischof. Ja, dann kommst du doch in diese Strukturen da immer rein, wo? Ja. Oder Sprenger D7 geht wahrscheinlich auch. Um jemand zu sprennen? Ja, warte mal. Für Schwarz oder für Weiß? Sprenger D2, mein Fehler. Ja, ja, manchmal gibt es zwei bei mir. Ja, hier gibt es alle möglichen Varianten. Normalerweise, wenn wir mit Rochade noch ein bisschen abwarten, um hier nicht zu früh da gepinnt zu werden mit dem König. Also, als kritischer Moment gilt so Sprenger nach C3 zu spielen. Du bietest den Sprengertausch an, aber würdest dann gerne dein Zentrum stärken, wenn geschlagen wird. Ja. Schwarz kasselt. Und jetzt läuft er nach E3. Das ist im Moment so, was diskutiert wird. Hier die Partie, die Stamm gab es sogar häufiger hier so Champions-Chest-Tour so gegen Carlsen. Das wird beide auf höchstem Niveau weil das ja ausdiskutieren. Uch? Hier mal andere Zugreihenfolge, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ohne das Gambit zwischendurch. Also, so die normale Zugreihenfolge auf Profi-Niveau ist eher so Läufer C4, Läufer C5, C3, Spreif 6, D4, ED, E5. Also ohne das schottische Gambit zwischendurch, aber kriegst du selben Stamm. Kann ich dir mal eine Line zeigen? Jan, wo ich Probleme entgegen habe. Ich bitte auch. Also Scotch Gambit, ganz normal. Ganz normal, Scotch Gambit. Ja, so. Dann, Springer, F6. Ja, dazu, dazu wäre man es jetzt gekommen, das ist ja die andere Hauptwerte. Können wir auch jetzt schon hinspringen. Ach so, ja. Weil die spiele ich mal gegen Sonja. Sie blitzt dann auch immer die Hauptzüge raus. Genau, genau als Borja E5. Kennt sich aus. Ja, hier, das haben wir ja letztes Mal, hier gibt es auch kurze Rohrade, ne? Ja, stimmt. Okay, ja, lass uns mal machen, kurze Rohrade, ja. Also auch hier wieder, Bauna E5, wahrscheinlich der beste Zug, aber um dir hier auch die Fuscher Varianten zu zeigen, kurze Rohrade ist hier natürlich auch eine Option. Hast du Neckman's in Gambit-Style? Jetzt Springer E5 und dann Springer C3, Jan. Genau, das willst du jetzt, oder? Nee. Also jetzt hinter den Springer auf E4. Nee. Und dann Springer C3. Ja, Springer C3 ist nicht so gut, das funktioniert halt nicht. Also Springer C3. Also ich vermute, D schlicht C geht auch, aber am einfachsten hat Springer schlicht C3 und D5 und ja, da hast du nicht so viel Drohung. Also da sehe ich nicht genug Gegenwert, weil da... Nee, du darfst den Springer nicht nehmen, glaube ich, oder? Okay, das wird zusammen. Ach, keine Ahnung. Jan, du kennst dich besser aus. Ich dachte mal, du spielst erst Tommy 1. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, das will ich dir sagen. Hier in der Stellung. Ja. Tommy 1. Erst Tommy 1. Moment, ich muss hier kurz Danke sagen. Oh, Jan! InkDarkPhoenix, haut hier fünf Abos raus. Vielen, vielen Dank, InkDarkPhoenix. Fünf Subs für die Gang und Joel, 2,768. Subt hier auch einfach rein. Dankeschön. Für die Gang, für die Gang, alles was ich brauch. Da, 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 da. Ja. Was gibt es so Neues auf dem, auf dem Berliner Underground Rap Musikmarkt? Oder du bist immer noch hier, du wartest auf Kollegatape, ne? Ja, ja, Kollegatape warte ich ganz gespannt drauf. Ich höre mir ganz gerne die alten Sachen. Du wirst auch alten, ne? Du hörst ja alles auch schon den Kram aus deiner Jugend an. Man hört immer nur die Musik, so wenn man 16 bis 18 weiß. Egal, wie alt du bist. Man bleibt da immer drauf hängen. Einfach richtiger Boomer geworden. Was soll man machen? Was sind für dich die alten Sachen? So Zuhälter-Tape 1, oder was? Hörst du? Boah, das ist auch nice, ja. Nee, aber, ähm, ich höre ja auch ganz gerne so, Agro Berlin Sachen habe ich gerne gehört, ne? Klar. Was da so, vom Bordstein bis zur Skyline? Oh, da ist was passiert. Da ging ein Mensch durchs Bild. Da ging ein Mensch einfach durchs Bild. Ich weiß nicht. Da kann auch kein Mensch gewesen sein. Vielleicht ein Geist. Ghostenter 1, vielen Dank für den Sub. Und Brett Pitt, danke auch dir. Meine Cousine ist da. Tag, Cousine? Ja. Sweet home Alabama. Okay, nee, lass weitermachen, Jan, komm. Verstrecken wir uns. Zauß wie Ronny, sagt der Chat. Ronny? Oh. Jawohl. Moment, jetzt sieht man er im Hintergrund. Ey, Jan. Ey, das Problem ist, jetzt wo Chat weiß, dass er ein Mensch ist, die werden völlig abgelenkt sein. Vorher wussten sie es ja nicht. Ey, du machst aber auch völlig mit mit dem Chat. Du musst es ein bisschen überspielen, Jan. Du musst sagen, ey, hier ist nichts passiert, hier ist Springer E4. Das im Hintergrund ist kein Fuß. Also, wir konzentrieren uns wieder auf Turm nach E1. Ja, genau so. Hier feste den Springer. Schwarz, Spielborn hat D5. Und hier, erst mal gucken, ob es hängen geblieben ist. Das haben wir ja letztes Mal hier durchgesprochen, den Trick, den du hier machen kannst. Das sieht nach, also ich kann mich an Bishop-Takes erinnern, irgendwie. Aber ist wahrscheinlich Quatsch. Ist wahrscheinlich Quatsch. Oh, du liegst gerade irgendwas, Jan. Ja, nichts Schlimmes. Nur unser gesamtes Gespräch. Ey, das ist aber auch legendär. Ich dachte man, also ich konnte mich daran erinnern, dass man den Bauern dann nimmt. Und da sind wir wieder. Ja, also wir schlagen den Bauern. Aber was soll das? Darum schlägt. Figur mehr, alles gedeckt. Figur mehr, alles gedeckt, genau. Warte mal, sind wir noch richtig auf richtigen Kurs? Ja, ne? Sonst würde ich das ja nicht machen. Wir sind noch auf richtigen Kurs. Ich glaube jetzt Springer C3. Ich bin mir aber auch nicht. Bäm! Genau. Das gibt es. Soll ich mir irgendwie gemäht? Das gibt es. Ah, stimmt. Doppelpinn. Das war das, ne? Da hast du noch gesagt, hier Doppelfestelung. Ja, ja, ja. Stimmt. Genau, ja. Das ist Doppelpinn. Und hier geht es weiter. Du bist so visueller, ne? Du bist visuell, ne? Also hier gibt es einige Möglichkeiten. Was ich dir letztes Mal gezeigt habe, war so Dame nach H5. Jetzt Springer schlägt. Hier nicht mit dem Turmschlagen. Ist natürlich verlockend. Aber Springer schlägt. Das habe ich gesagt, ne? Genau, genau. Springer schlägt es besser. Er erinnere mich. Ja. Als Läufer dazwischen. Und Läufer g5, um Castle zu verändern. Jawohl. Und hier hatte ich gefragt, was macht man auf H6? Hast du gefragt, ja. Hatte ich gefragt. Was hast du gefragt? Da bin ich mir sicher. Ja. Ähm. Ah. War das nicht? Warte mal, das war was Wildes. Wait, 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 wait. Jan, wait. Warte. Lass mich kurz rechnen. Es war irgendwas auf der Königsseite mit F6 oder so. Mhm. Was mit F6. War das schon Bischof F6? Kann das sein? Bischof F6? Das sieht wild aus. Ah, Bischof F6. Alter, ja, Bischof F6. Und hier droht die Gabel. Aha. Verändert vor allem weiter lange Rochade. Kann nicht geschlagen werden wegen Gabel. Und der Läufer kann jetzt nicht ziehen, weil der Bauer hängt. Schon unangenehm von Spaß. Ja, Mann. Nice. Die Varianten gehen noch weiter hier, aber wir wollen noch nicht zu viel. Das ist ja einmal wiederholt. Nächstes Mal gucken wir uns dann hier so an. So, Dame G6, Sprenger H4. Dame H7, F4. Hm. Das bleibt wild. So, aber ich bin schon wieder abgeschwiffen. Du wolltest ja eigentlich... Sag mal abgeschwiffen? Ich glaube schon. Du wolltest ja eigentlich was sagen, wo du Probleme hast. Hier, Sprenger H6. Genau. Ja, die ganzen Hauptzüge rausblitzen war E5. Hm. Dann D4. Ich hab E5. Dann nimmt man den Borden mit dem Sprenger. Sprenger E4 meinst du, oder was? Ach, genau, genau. Ja, schwarz ist erstmal dran, genau. Schwarz spielt Sprenger E4. Hier, Sprenger D7 kann auch noch mal ein anderes Thema. Ja, kann man auch machen. Ja gut, hier bin ich dann... Hier bist du aber aus der Theorie? Das hab ich noch nie gesehen. Noch nie. Es ist kein schlechter Zug. Wird nicht so häufig gespielt, aber es ist kein schlechter Zug. Hier, die Porte ist nämlich... Take, take, take. Und Sprenger D4. Sieht erstmal gut aus für weiß. Aber was ist jetzt der beste Zug für schwarz? Chat? Geht das mit dran? Okay, Chat ist wieder dran. Das heißt, schwierige Aufgabe über 800 E4. Ja. Ähm. Schwarz. Okay, also der Bauer hängt ja erstmal, ne? Also der naheliegend ist auf der Sprenger steht E5, aber weil ich hier schon so die Frage so stelle, ist halt nicht Sprenger steht E5. Weil dann Torme 1, das ist zu viel Stress. Stress ohne Grund. Schwierig, wirklich sehr schwierig. Was sagt der Chat? C5 sagen wir hier manche. C5 ist ein Dameneinsteller, Chat. Oh, true. Jetzt zeigen wir kurz. Smothert. Smothert. Smothert Queen. Edged Stark. Clap. Chat, ihr seid da. Jawohl. Und Sprenger D4, wie gesagt, ist es nicht. Jetzt gibt es mehrere gemeine Möglichkeiten. Torme 1 oder Läufer nach F4. Und weiß macht zu viel Druck. Deshalb der beste Zug, man glaubt es kaum, ist Springer zurück nach B8. Oh. Ich hätte immer Sympathie für die Variante, aber ich würde gerne mal Springer D7 nach B8 spielen hier. Okay. Ja. Die Entwicklung ist das natürlich erstmal schlecht für Schwarze. Die Entwicklung ist nicht so toll, aber in der anderen Variante, die du ja kennst, mit dem Springer hier, der Springer wird ja häufig so durch die Gegend geschubst. Und hier... Genau, ey, genau das war die Variante, die ich dir zeigen will danach. Hier ist der Springer schon hinten drin, dann kommen die Bauern, C5, Rochade. Ist tatsächlich eine Variante, die man spielen kann mit Schwarz. Also hier brauchst du nichts weiter wissen, so weit mit Schwarz eh nie jemanden kann dich spielen. Aber es ist eine legitime Option. Okay. Also Spray E4. Genau. Spray E4, dann nimmst du den Bauern raus, wa? Mhm. Also mit dem Springer natürlich. Und jetzt gibt es Läufer C5 oder Läufer D7. Genau, Läufer D7. Mhm. Läufer C5 kann man. Mhm. Läufer C5 kennen wir, ja klar, da spielst du wahrscheinlich einfach... Okay, du kannst natürlich das Zwischenschach geben erstmal und dann Läufer E3 spielen. Zwischenschach? Läufer C6? Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Und dann... Würde ich eher nicht machen, also freiwillig den Läufer geben. Die Option ist ja immer, also würde ich nicht machen, bis es nicht sein muss. Achso, okay. Jetzt hier so Läufer B6, dann kommt gleich der Bauer angepusht. Also das hier ist ganz schön schlecht. Okay, 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 nice. Das ist eine Info, die ist mir neu. Schwarz kann auch Läufer A6 spielen. Und provozieren ist gar nicht so gut, ja. Ja, es kommt halt immer drauf an, aber hier hast du die Option ja später auch noch. Ja, okay. Dann Direktläufer C3, oder? Ich glaube, Direktläufer E3 kann man machen, oder Direktkasten. Ich kenne mich aber nicht gut aus. Ich weiß, dass Sprenger schlicht C6 kritisch ist. Sieht ja auch logisch aus. Und dann wird es irgendwie kompliziert. Läufer F2, König F1 und wildes Zeug. Das ist sehr wild. Ich glaube, das war MW-Ausgleich laut Entrym. König F1, ach du meine Nase. Also deshalb spielen das die meisten, werden es auch nicht spielen, weil sie sich hier darauf nicht einlassen wollen. Das hier wäre irgendwie schnell chaotisch. Ich glaube, es war irgendwie am Ende Ausgleich. Irgendwie so. Schach. C6. Ich weiß nicht, aber wenn ich mich recht entsinne, kann man hier auch Läufer E3 spielen, oder? Läufer E3. Jetzt Rochade. Und dann gab es solche Varianten. Takes, takes, takes. Dein Sprachgebrauch färbt auch einfach ab. Ich mache es nicht mit Absicht, aber man redet irgendwann so wie du. Es ist auch einfach cooler, muss ich dir sagen. Es kommt leichter von den Lippen. Sowas gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das war jetzt ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, ob du dir merken kannst, wie wir hier hingekommen sind. Es war gerade ein bisschen schneller alles. Ja, eben. Das ist 30 zu üben, aber ja. Ich becke noch mal zurück. Soweit kennen wir ja. Soweit sind wir in Theorie. Soweit sind wir in Theorie. Jawohl. Sprecher schlicht D4. Und jetzt läuft er nach C5. Läufer nach C5. Dann nimmst du mit dem Springer raus, war die wilde Variante. Wenn du einen Springer nimmst. Und du hast hier Läufer E3 gespielt, ne? Genau. Läufer E3 ist safe. Noch nicht hier schlagen. Erstmal Optionen offen halten. Ja. Und jetzt kurze Rochade. Und jetzt können wir schlagen. Jetzt ist ja hier F2 nicht mehr angegriffen. Ja. Also schlägt, schlägt. Jetzt erst diese Läufer tauschen. Wenn du hier takes, dann Läufer E3. Ah, bist du unangenehm. Oh, okay. Gut zu wissen, ne? Gut zu wissen, okay. Zuerst Läufer tauschen. Wichtig. Also hier erst tauschen. Greift den Turm an. Deshalb muss schwarz zurückschlagen. Ja, ja. Und jetzt können wir wegnehmen. Das ist so eine Theorie. Hier gibt es Partien. Ich glaube, Nakamura Onishuk habe ich hier mal gesehen. Weiß steht ein bisschen besser. Schwarz muss aufpassen. Aber man muss die ersten Züge, muss man sich orientieren können. Also Rochade, so Turmstich B2 oder Läufer A6. Und Schwarz versucht irgendwie, das Remi zu halten. Ist aber nicht so leicht, weil er auf T5 auch hängt. Ja. Ey, ich bin ehrlich. Ich muss mir das Viodi dann noch ein paar Mal angucken, Jan. Das ist ja Sinn der Übung. Das ist ja viel Information hier immer. Kann nicht alles hängen bleiben. Aber vielleicht öffnen wir ja ein paar Türen und es bleibt was hängen. Jawohl. Also das hier war Läufer C5 statt Läufer D7. Die meisten waren Läufer D7-Spielen. Aber objektiv so Theorie-Monster wie ich. Ich fange hier immer an mit Läufer C5 erstmal. Und versuche, ob ich das so Zug für Zug so gleich klären kann, die Sache. Sehr selten gesehen, ne? Läufer C5, sehr selten. Ja, also je höher das Niveau, desto häufiger wirst du Läufer C5 sehen. Ist ja auch logisch. Springer C6 bringt nicht so viel. Also warum dann Zeit verlieren mit Läufer D7, wenn ich gleich hier counter kann, ne? Ja. Aber Läufer D7 ist, was dir normalerweise begegnen wird. Und ich glaube, jetzt spielt man Läufer D6, ne? Das ist wahrscheinlich drin, dass man hier früh taken sollte. Aber das halt nur als Reaktion, weil der sich schon entfesselt hat und jetzt der Springer sonst droht wegzugehen, weißt du? Ja. Man muss die Züge auch verstehen können, ne? Das hilft, das hilft. Also die Leute fragen ja immer, ob man das alles auswendig lernen muss, ob Eröffnung so viel auswendig lernen ist. Ich hatte es tatsächlich nie das Gefühl. Also ich habe mich nie hingesetzt und dachte, ich muss jetzt irgendwas auswendig lernen. Nichts von diesem Kram hier habe ich jemals auswendig gelernt. Aber wenn man so ein bisschen versteht, was, warum geschieht, dann bleibt es meistens irgendwie so halbwegs hängen. Ja, das hilft schon sehr. Also es schaut nicht auswendig lernen, sondern versucht die Züge. Fragt euch warum. Verstehen auch. Nur für den Kick, für den Augenblick. Sie hat jeden geschickt. Einmal Star und zurück. Irgendwelche Boomer-Lyrics, die ich im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wo die sich kommt. Ich glaube, so irgendwelche 90er-Hip-Hop wahrscheinlich. Massive Töne. Ich glaube, massive Töne. Einmal Star und zurück. So läuft es zu sechs, B-Stick zu sechs. Wie geht das hier weiter? Das ist die Variante mit dem Problem hast, meinst du? Ja, genau. Und jetzt, was spiele ich jetzt hier? Castle. Was? Tic-Tac-Toe? Ach ja, warum ist Tic-Tac-Toe, ne? Kennst du Tic-Tac-Toe? Ja, das sind doch diese drei Mädchen, die sich dann irgendwie getrennt haben im Streifen. Genau, die hatten eine gute Pressekonferenz, glaube ich. Ja, Mann. Du machst uns alles kaputt. Ja, war nicht so schlau von denen. Aber die haben, glaube ich, eine Reunion gefeiert irgendwann mal, oder? Weiß ich nicht. Aber es hat irgendwie jede Boyband, die irgendwie Erfolg hat. Das ist immer so deren Plan an D. Häufig gibt es da irgendwann später nochmal so einen Cash-Grab, ne? Und jetzt, zack, Reunion-Tour. Würde ich auch machen. Werde ich auch machen. Mit Lawrence Trent immer nochmal in den Reunion-Kommentaren. Ich weiß nicht, ob wir dafür Geld kriegen. So, kurze Hochhade, oder was ist hier der Zug? Genau, kurze Hochhade. F3 geht noch nicht wegen Tama H4. Jawoll. Also Kassel. Läufer C5. Läufer C5. Ach, wir haben hier Läufer C5. Läufer E7 gibt es auch wahrscheinlich, ne? Aber ja, ich mache mal Läufer C5. Das ist, glaube ich, auch der Hauptbezug. Läufer C5. Jetzt F3. Läufer C5. Ja, das war ja nur F3. Sprecher muss weg. Sprecher muss weg. Läufer C5. Dann F4. Das ist sofort F4. Läufer C3, komm, 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 komm. Läufer C4, hab ich auch schon mal gesehen. Und jetzt Springer E4. Springer E4, nicht Springer E6. Springer E6, kommt Läufer C3 und versuchst, hier auf die Felder zu gehen, ne? Also so. So, und hier ist nicht raus. Also nach E4, Springer E4 bin ich. Raus. Aber diese Stellung fand ich immer, ich glaube, es gilt als ausgeglichen, ich fand es immer relativ schwer zu spielen mit Schwarz. Weil ich habe immer Angst, also du spielst du auf E3 mit, weißt du, das musst du eh machen, hier, die... Aber ey, okay, ich habe dir ja schon erzählt, ich habe gegen Rustam und Sonja gespielt, Head in Brain, ne? Ja, ja. Weißt du, welchen Zug ich hier anstatt Läufer E3 gespielt habe? Jetzt versuch mal so zu denken wie ich. Mach mal Läufer E3 weg und du bist jetzt dran mit Warn. Jetzt machst du mal eine Taktikaufgabe von mir. Nee, so eine Reverse-Taktikaufgabe. So eine Psychologie-Taktikaufgabe. Ja, ja. Was... Denk du, wess ich. Also F5 könnte ich mir vorstellen, so auf Angriff. Ne, war es nicht, war es nicht. Aber gut, ja, gefällt mir. König H1 könnte ich mir vorstellen, so schnell anpinnen. Sieht auch logisch aus, aber ne. Vielleicht denke ich noch zu logisch. Vielleicht denke ich noch zu logisch. Ja, denk mal, denk mal, Quatsch. So richtig, also richtig Quatsch. Richtig Quatsch. Aber es hat, hat eine Idee. Es ist eine Idee dahinter, aber es funktioniert halt nicht, weil Schwarz einen kleinen Trick hat. Du kannst sagen, so Jungs, E6, sie taken. Wir gehen rein. Queen, G6, Queen, E5. Wir attacken den Rook und den Pawn. Alter, war das passiert? Also, okay, die Variante macht, glaube ich, zu wenig Sinn. Aber so eine Art Berechnung könnte ich mir vorstellen. Weil hier E6, genau, war da auf E6. Warte. Was können wir noch vorstellen? B4, können wir noch vorstellen? Ne, B4 ist auch nicht. Was noch? Bald bist du alle Quatschzüge durch. Rooklift? Ne, warte, überhaupt was. Oh, wait, ich bin lost. Oh, wait, ich bin lost. Das ist gar nicht die Stellung. Okay. Kann ich den Zug gar nicht spielen. Okay, ich hätte ihn noch weitergeraten, aber mir gehen die sinnvollen Züge langsam auf. Ich bin so lost. Oh mein Gott, okay, mach mal Bishop E3. Ja, Bishop E3, sehr gut. Entfessel, macht der Sinn. Genau, mach mal Bishop E3. So, jetzt Castle. Oder Läufer B6, können wir gleich aufspielen. Warte mal, haben die hier schon? Was habt ihr da gespielt? Ja, die haben rochiert. Die haben rochiert. Ja, rochade. Und jetzt, jetzt such den, jetzt such den Quatschzug. Okay. Also erstmal, ich würde Sprecher D2 spielen, um hier auf die Felder zu nehmen. So, so, Sprecher D2 gespielt. Du hast Sprecher D2 gespielt. Ich habe Sprecher D2 gespielt, ja. Also ist immer noch nicht, die such den Quatschzug. Situation? Und jetzt, nee, immer noch nicht Quatschzug. Sie haben jetzt Turm B8 gespielt. Rustam hat gesagt, er will zaubern. Okay, Turm B8, sie will er zaubern. Ja. Jetzt steht es doch gut. Du hast sie überspielt, ja. Genau, ich habe sie überspielt. Und jetzt habe ich den Quatschzug gespielt. Immer noch nicht? Okay. Immer noch nicht? Hey. Ich habe den Sprecher genommen. Ja, auch richtig. Bauer schlägt wahrscheinlich. Sprecher genommen, Bauer genommen und jetzt. Jetzt kommt der Quatschzug? Jetzt komm, jetzt sind wir da. Sprecher E5 wirst du gespielt haben, oder? Nein. Hä? Okay, Sprecher C6, Läufer E3, das wirst du sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. König H1, könnte ich mir vorstellen. Nee, Sprecher C6. Ja, Sprecher C6 so gemacht? Oh nein. Einfach Sprecher C6, ja. Ich stand so gut, ne? Imagine. Also strategisch, eigentlich schon Gewinnsteuerung. Und dann in einem Zug zwei Figuren eingestellt, tatsächlich, ne? Ja. Das ist bitter. Hat natürlich auch Chess24 direkt auf YouTube hochgeladen, wa? Eklig. Meine geile Fratige. Nur weil du ein Star bist, dann wollen sie damit gleich wieder hier. Aber hier können wir ja gleich daraus lernen. Bisher war es ja von beiden Seiten gut gespielt. Welches Spiel war es denn hier richtig? Ist nämlich auch eine Taktik. Warte mal, ich habe mir das doch mit der Engine angeguckt. Wait. Naja, dann ist ja nur Remembern hier. Ich habe mir nämlich das PGM genommen und dann bei Lidsch. Das ist so nervig. Sobald ich mich stumm schalten will hier, springt hier der ganze Quatsch. Naja, es ist eine sinnvolle Reaktion, als es aussieht. Ich versuche nur... Naja. Das könnte man spielen. Hast du das schon eingezeichnet? König H1, oder wie? Ne, ne, ne. Das war nur einer meiner vielen Vorschläge. Hm. Ah, ich glaube es war... Ne. Hm. Ich finde das voll schwierig, ne? Ich finde das echt schwierig. Ja, das hier ist auch keine... Also ich weiß auch nicht, ob ich den so machen würde. Aber es ist ästhetisch, wenn man es sieht. Der Computerzug ist hier Dame nach E1. Also weiß ich auch nicht. Weiß ich echt nicht, ob ich drauf kommen würde. Es ist insofern logisch, ich möchte diesen Sprenger wegziehen. Strategisch. Du würdest gerne Sprenger nach B3 spielen. Und dann, wenn der Läufer geschlagen wird, hier mit der Dame zurückschlagen. Dann hätten wir hier die Felder, die schwachen Powern, dies, das, jenes. Also Dame nach E1 deckt den Läufer, um den Sprenger wegziehen zu können. Dazu in manchen Varianten. Vielleicht kann die Dame auch hier rüber gehen. Und ich vermute auf Turmstich B2. Wenn der Bauer getakt wird. Jetzt sehen wir die andere Idee von Dame nach E1. Was könnte das sein? Naja, wahrscheinlich auf... Oh. Oh. Okay, das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel Dame A5 spielen würdest, dann kann dir einfach der Bischof zurück auf B6. Das ist ja wahrscheinlich Quatsch. Wahrscheinlich will man eher auf die Königsseite gehen mit der Dame. Oder wir können da irgendwie zwei Sachen angreifen. Ah, ja, jetzt siehst du. Dame C3 war. Greift den Bischof an, greift den Turm an. Ja. Also es gewinnt noch kein Material. Aber es greift den Turm an und den Läufer. Der Läufer muss jetzt hier schlagen. Aber jetzt Läufer schlägt zurück. Und hier hätte sich natürlich dann strategisch überlegen das Spiel jetzt ausgezahlt. So langsam. Also Turm geht irgendwie weg. Keine Ahnung. B7. Und dann E6. Und jetzt E6. Und dann zack. Die Batterie hier. Ja. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. So, Läufer schlägt. Und... Na gut, weiß steht überlegen. Wegen schwacher König. Also es war doch eigentlich eine gute Partie. Das ist doch keine Variante, wo du Probleme hast. Du wirst ja in der Störung ein bisschen schnell zaubern wollen. Aber sonst... Ich hab die jetzt, ne? Mit schottischem Gambit gegen das... Das doppelköpfige Monster. Das ist doch... Was willst du mehr? Und deshalb auch ohne Ironie. Diese Variante hat mir nie gefallen für Schwarz, weil ich sie strategisch sehr, sehr riskant finde. Weil man halt häufig auf diesen schwachen Feldern hier sitzen bleibt. Also wenn ich hier Schlag, Dame schlägt zum Beispiel, jetzt so Läufer B6 zählt aus, wie ein logischer Ziel, um C5 vorzubereiten. Dann Sprecher B3. Also hier muss Schwarz sehr, sehr präzise spielen. Weil, ja, man sonst strategisch sehr schnell auf den Lust stehen kann. Das hat mir erst nie gefallen aus schwarzer Sicht. Also ich glaube... Kannst du mir... Ach gut, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Bauern vorzupushen? Also den E- und den F-Bauern? In dieser Variante? Ja, erstmal stabilisieren. Also hier... Es ist tatsächlich... Mein Hauptziel wäre, am Darmflügel erstmal zu stabilisieren. Also hier die Felder unter Kontrolle zu kriegen. So dass Schwarz nicht das Gegenspiel kriegt. So mit Läufer weg, C5, D4. Und wenn wir die einmal haben, dann läuft es eigentlich nicht davon. Also mein Ideal wäre so, Sprecher nach C5, Turm rüber, Bau nach C3 und dann die Bauern pushen, wenn wir schon Schwarz das Gegenspiel genommen haben. Ich bin natürlich auch ein sehr feiliger Spieler, aber das wäre so der Hauptplan erstmal, wäre hier diese schwarzen Felder zu dominieren. Wichtig, wichtig. Die Information ist sehr, sehr wichtig. Dies Gold wert, ja. Weil hier zum Beispiel Läufer B6, jetzt könntest du anfangen zu pushen, aber dann kriegt Schwarz ja auch schnell Gegenspiel. So C5 oder Turm rüber 8, ist nicht so klar. Ja. Aber wenn du hier Sprecher B3 spielst, einfach dieses C5 verhindernst, dann... Ja, ich finde die Stellung unangenehm für Schwarz. Hier noch kleine Strategieaufgabe. Aber ich weiß nicht, ob der Rechner meinen Zug bestätigt. Aber Dame E7. Strategieaufgabe ist gleich wie Taktikaufgabe? Nee, ne? Nee, ich sage extra Strategieaufgabe, weil es jetzt kein Trick ist oder so. Aber um nochmal zu... Zu betonen, worum es geht in dieser Stock. Welch Dame E7 spiel? Turm E1 wird es nicht sein, das ist ja Quatsch. Nee, Turm E1 ist ein logischer Zug. Er ist bestimmt nicht schlecht, aber das ist ja nicht das Thema, auf das ich hinaus wollte. Ja, er besetzt jetzt auf jeden Fall das Feld C5, ne? Also er covert das Feld jetzt. Wir können da nicht hin. Kriegen wir die Dame da anders weg? Weil F5 kannst du ja auch nicht pushen, dann hängt ja der Bauer. Genau. Vielleicht, oh. Springer D4. Nee, Springer habe ich doch gerade weggezogen hier, um diese Felder zu kümmern. Weiß ich jetzt nicht. Also, kann ich sagen. Also, worum es mir geht, ich weiß nicht, ob es der beste Zug ist, aber du möchtest halt verhindern, dass Schwarz hier mit C5 und D4 die Kette pusht. Das könnte man erreichen, indem man die Dame nach C3 stellt. Einfach hier diese Felder wirklich kontrollieren mit den Figuren. Ach stimmt. Wer die schwarzen Felder kontrolliert, kontrolliert hier die Partie. Das ist ein Spruch, den merke ich mir, ey. Schwarze Felder, C5 kontrollieren. Und guck mal, wenn diese Doppelbauern da sind, diese Strukturen mit diesen komischen Doppelbauern da, die hast du ja oft im Scotch, ne? Das kann man ja dann auch wahrscheinlich auf andere Varianten ableiten, so ein bisschen. Immer schwierig, also jede Störung hat so ein bisschen ihre eigenen Gesetze, aber ja, dass du hier wegen dieser Doppelbauern das Feld davor kontrollieren willst, ist eigentlich relativ typisch, um die im Mobil zu halten. Klappt natürlich immer verschieden gut. Aber, ja, habe ich ja schon häufiger gesagt, mir gefällt diese Variante nicht für schwarz, weil sie halt strategisch sehr tricky ist. Aber ich weiß nicht, was Engines sagen, hier, wahrscheinlich sollte man Gleichlaufer B6 spielen, bevor du irgendwie bereit bist, hier die Felder zu kontrollieren. Und dann C5, aber selbst hier Sprenger D2, ich war nie ein großer Fan aus Schwarz zu sehen. Okay, ey, nice, nice, nice. Das ist sehr stark, sehr stark. Also das ist Sprenger F6, E5. Hier, ja, D5, Räufer B5, gehe ich mit. Sprenger G4, kannst du Sprenger G4? Sprenger G4, wait a second. Achso, ja, okay, ja, das habe ich ja schon mal oft analysiert, ja auch mit Chessbase. Ich mache da immer, ich weiß, das ist kein guter Zug, aber Bischof F7, ne? Ja, ist kein guter Zug. Ja, genau, ist kein guter Zug. Deswegen. Also das können wir jetzt kurz machen. Nimmt Sprenger G5, König geht weg. Aber das ist ja auch häufig so ein Thema, ne? Also man gibt den Läufer, das gibt es ja auch in anderen Varianten, der König muss hier sich verstecken. Aber der König ist da relativ sicher. Das habe ich dir schon mal gesagt, Jan. Dame F3. Ach, hier Dame F3. Ah, sorry, sorry. Siehst du, ich beleidige dich immer, wenn du dir irgendwas nicht gemerkt hast. Ich merke mir deinen Quatsch auch nicht. Ja, siehst du. So, Läufer B4, Schallhäufer, wie verteidige ich mich? Ich bin Bauer vor. C3. Ja, okay, jetzt spiele ich gegen den Großmeister, das ist so ein Schwer. Ja. So, also das hier funktioniert nicht, aber ist natürlich trickreich. Ist natürlich trickreich, das gestehe ich dir zu. Aber hier läuft der B4, Schallhäufer, jetzt hat der König das Feld und das klappt halt nicht, ne? Warte, ich versuche mich mal dran zu erinnern. Warte, warte, warte. Ja, hier in der Schallhäufer, Schallhäufer reinhauen bringt nicht so viel. Am besten ist tatsächlich, ich rochade hier ganz blöd. Einfach rochieren. Okay. Stack den Bauern indirekt. Aber wenn jetzt geschlagen wird... Was machen wir jetzt? Turmier 1. Genau, jetzt pinnen wir. Und F4. Ja, diese Variante ist relativ gefährlich für Schwarz. Also Bauer nach D6. Das habe ich eine Zeit lang versucht mit Schwarz zum Laufen zu kriegen, hat mir nie so gefallen. Also Schlagen, Läufer schlägt, Turmier 1, Schacht. War mir immer zu wackelig. Aber jetzt irgendwie versucht, Läufer dazwischen zu ziehen. Jetzt selbst hier Läufer G5. Okay, dann halt deine Gedanken bei dir. Ich muss kurz aufs Klo. Ich halte meine Weisheit. Halt deine Weisheit. Chad, unterhalte den guten Mann. Unterhalte mich, Chad. Steck dich. So, Chad, wir machen noch ganz kurze Wiederholung von allem, was wir heute gelernt haben. Schottisches Gambit ist dieses drittens D4. E schlägt D. Oh, jetzt ist hier auch das Cover für den Geist da hinten natürlich ein bisschen weg. Lasst euch nicht ablenken, Chad. Augen aufs Schachbrett. Augen aufs Schachbrett. E schlägt D. Und Läufer nach C4 ist nicht die beste Löffnung. Aber mit Weis kann man sich ein bisschen Freiheiten natürlich nehmen. Deshalb ist es nicht so, dass Weis jetzt schlechter stehen würde nach Läufer C4. Also so Gambit mit Weis sind immer verteidigungsfähiger als Gambit mit Schwarz. Gibt natürlich Ausnahmen. Aber Läufer C4 ist jetzt kein Vorteil, aber auch keine schlechte Öffnung. Wir haben uns mit Läufer C5 beschäftigt. Kurz dann Bau nach C3. Ah, hier ist bei G5, kann ich Kugelbuch auch noch in sein Repertoire hinzufügen. Das kennt er vielleicht noch nicht. Aber wir haben Bau nach C3 geguckt. Sprenner F6 und jetzt hier Vorner E5, den soliden Zug. Oder Quatschvarianten mit C schlicht D4. Und haben uns jetzt vorgearbeitet zu Springer nach F6. Haben kurz wiederholt, was nach Rochade passiert. Nämlich diese Varianten. Schöner Trick, die Doppelfesselung. Jetzt war es kein Vorteil, aber eben auch kein Nachteil. Und eine recht spannende Stellung. Und sind jetzt angelangt bei... Oh, das sind schöne Bilder. Sprenner F6. Bauer nach E5. Ein Bank. Die Möglichkeiten hier. So, da ist er wieder. Hallo, hallo. Direkt weiter trinken hier. Beste dem. Ja, ja, ja. So. Chad hat hier nur aufs Schachbrett geguckt. Und sich nicht ablenken lassen davon, ob da im Hintergrund jemand liegt oder nicht. Also geht ja nichts. Ach, da ist nichts. Ja, da ist nichts. Da ist nichts. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren... Weiß ich gar nicht. Hier, schottisches Gambit. Heute ist ja schottischer Gambit-Tag. Weiß von der C hier. Sprenger F6. Und Bauer nach E5. Und ich glaube, wir hatten eben Sprenger G4 gemacht. Hatten die Diskussion, dass hier Schlagen nicht so richtig funktioniert. Aber kurze Hochhade. Unangenehm ist. Ja. Dann willst du einfach Tom nach E1, H3. Genau. Und ja, D6 schlagen wir. Ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich zu sagen. Sprenger G4 nicht gut. Sprenger E4 haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ist ja mein Lieblingszug. Ja, den machst du immer. Wenn wir immer, wenn wir Scotch besprechen, machst du den. Ich mache dann immer Dame E2. Ja, Dame E2 ist okay. Sprenger G5. C3, glaube ich. Das ist der Zug, den ich mir nie merken kann. Nach Sprenger G5. Dass man dann C3 spielt. Es liegt ja eigentlich im Blut hier. Gleich brauchen Opfern für Angriff. Ich will wahrscheinlich D3 spielen. Und jetzt ist es noch wichtig. D3 spielen, okay. Okay, nehmen ist wahrscheinlich Quatsch, wenn du schon so... Nehmen ist Quatsch. Also dann, ja, kann ich einfach nehmen und sechs spielen. Ich habe die Bishops und du hast nicht mehr so viel Angriffspotenzial ohne deinen Läufer hier. Also nehmen ist nix. Ja. Okay, Dame ist angegriffen. Das heißt ja eigentlich immer Dame. Man muss ziehen, Jans. Viel möglich, ich kann aber nicht, wenn wir nicht schlagen können. Ja, genau. Auch mal kleine Tipps von mir hier am Rande. Deswegen... Es sind auch nicht so viele Felder für die Dame. Wie wärst du mit Dame E3? Den Springer an? Ja, Dame E3 ist bester Zug. Und Partie geht weiter. Du willst dann irgendwann B4 spielen, den Springer hier vertreiben und dann auf D3 taken. Mit einem Läufer oder manchmal mit einem Turm. Also viel mehr brauchst du hier gar nicht wissen. Aber da haben wir hier 2 und dann C3. Das ist eine kritische Möglichkeit. Die andere wäre zu rochieren und Turm der 1 und hier. Ich glaube, das Spiel ist auch nochmal. Also das habe ich schon mal gesehen. Auch gerade Turm der 1. drauf auf die B4. Kann man auch machen. So ungefähr über die Spiele, ja. Okay. Also Schottländisches Gambit. Wie gesagt, mit Weiß haben wir ein bisschen mehr Freiheiten. Auch was so Quatsch-Gambits angeht. Stehst du halt nicht schlechter. Wenn man weiß, was man hier tut, dann ist das... Ist das spielbar? Ja, was kann ich... Was kann ich da Weißes beibringen? Wir haben Läufer C5, haben wir durchgesprochen. C3. Sprich 6. Wie gesagt, hast du die Möglichkeit hier den Quatsch zu spielen mit Rochade. Dann E5. Ich kann ja nochmal einen Schnelldurchlauf machen, Jan. Ob ich mir alles gemerkt habe. Ich habe sogar noch eine weitere Option für dich, die dir vielleicht gefallen wird. Hier Aufläufer C5. C5, ja. Spielst du ja immer C3, ne? Hier gibt es noch einen anderen Zug, der nicht so schlecht ist. Ah, Sprecher G5. Sprecher G5, genau. Das ist der jute alte Grischuk. Hat Grischuk gespielt, habe ich auf den Fall. Ja, spiel manchmal stark gespielt, tatsächlich. Ist auch gefährlich. Und dann direkt da haben wir H5 hinterher. Gleich rauf, wenn Schwarz Springer E5 spielt. Ne, warte mal. F4 ist Quatsch, oder? Ja, ist zu viel. Warte mal. F4 ist Quatsch, ja. Hängt der Springer. Der Bischof. Oh, wie wäre es denn mit F7 Schlag? Ne, warte mal. Ah. Ey, du kommst ja mal mit so Trickzügen, ne? Gut, Springer, der Bischof muss weg, ne? Der ist angegriffen. Zeig dir, wie es ist. Der ist Springer, Springer, B3. Läufer aus, ne? Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Taktik. Okay, okay, dann rechne ich jetzt mal, dass wir F7 reinschlagen. Okay. Erlitt mit Springer. So. Dann könnte man natürlich Dame haben. Wie wird es so reinschlagen? Läufer oder Springer? Ich weiß nicht, ob es ein Unterschied war. Naja, also mit Bischof ist forcierter, ne? Ich weiß. Weil mit Springer ist auch relativ passiert, wenn man die Dame ansieht. Ich glaube, ich würde mit erstmal um Springer nehmen, aber es geht ja hier erstmal ums Rechnen. Dann, ah ja, Dame H5 und dann gewinnt man den Bischof zurück. Genau. Das Muster kennst du ja schon aus anderen ähnlichen Varianten. Typisches Thema. Ja, ich sehe. Und Weiße besser? Ja. Das wollte ich auch mal spielen. Stimmt. Ich erinnere mich gerade dran. Der beste Zug auf Springer G5 ist nicht Springer E5, sondern Springer H6. Aber das geht dem meisten schon nicht so leicht von der Hand. Springer am Rand und so. Und auch jetzt haben wir wieder denselben Trick. Okay. Also Grischock hat hier glaube ich Dame H5 gespielt. Ja. Aber okay, du willst wahrscheinlich die ganze Zeit wieder reinschlagen und dann den Springer, äh, Bischof gewinnen, ne? Ich wollte eigentlich denselben Trick wieder machen. Reinschlagen. Ja. Das hier ist eine bessere Version, weil jetzt der Springer auf C6 noch steht und den Bauern auf D4 überdeckt hier steht. Weiß nicht besser. Aber trotzdem ist die Steuer gespielbar. Ist halt kompliziert. Und der König ist schon draußen. Und ich weiß ja, du magst es, wenn der Schwarze König früh draußen ist. Also Springer G5 kannst du ins Programm aufnehmen. Das ist tatsächlich ein besserer Zug vielleicht sogar als C3-Objektiv. Kann man drüber streiten, kann man drüber streiten. Aber Springer G5 spielt. Ja, ja, das mach ich nächstes Mal mal. Weil dieses komische Bischof C5, das kommt super, super oft, ne? Das ist auch ein guter Zug. Bischof C5, Fischof Bischof. Und Springer F6 sind die Züge. Hier D5 mal vielleicht noch einige aus Verzweiflung. Aber was machst du denn? Okay. Wollen wir den nicht einfach nehmen? Wieso kann ich den nicht nehmen? Kannst du. Oder ist das... Warte mal. Den kann man doch einfach nehmen, oder? Genau. Oder spielt man hier Damehafen? Nein, nein, nein. Nichts zu kompliziertes. Ich würde den einfach nehmen, den Bauern. Wie? Mit dem Bischof. Das ist korrekt. Also mit dem Bauernschlagen würde ich nicht so viel bringen. Dann verstellst du ja deinen eigenen Läufer. Dann Springer E5. Aber mit dem Läufer schlagen. Und Schwarz hat eigentlich nicht so viel erreicht. Das sind immer noch hier dieselben Tricks. Ja. Aber D5 können wir trotzdem vorstellen, dass Leute das spielen, weil es in ähnlichen Steuern eine richtige Reaktion ist. Aber hier nicht. Chatfrage, was mit F6? Chat, was ist los mit euch? F6? F6 ist immer schlecht zu kommen, sie schnacken. Aber hier? Geil. Da mal. Ne, warte. Warte mal. Da geht was, Jan. Ich rieche es. Da. Da. So. Wahrscheinlich gibt es da einfach Schach mit dem Bischof. Muss schon irgendwie reichen. Weißt du? Dann geht der König weg. Okay, lass mich rechnen, Alter. Lass mich rechnen. Okay. Chat, wir rechnen jetzt hier zusammen. Also. Dame H5. So. Dann spielt der G6. Spielt der G6. Was hat man dann? Was hat man dann? Frage, was? Okay, dann gibst du Schach, dann geht der König weg. Also mit dem Bischof. Dann geht der König weg auf 8. Trinkt uns das, Chat. Äh, Matt? Ne. So. Da steht ja der Bischof. Ah, man nimmt jetzt den, man nimmt jetzt auf G6 raus mit dem Bischof. Oh, wild. Nice. Ne, ist leider Quatsch. Also zu kompliziert gedacht. Ähm. Ich kann kurz seine Weiherte zeigen. Also Dame H5, G6, laufe F7, König F8, laufe schlicht G6. Ist hübsch wegen der Fesselung. Aber ich kann ja hier den, den Springer wegnennen. Nein. Scheiße. Ja. Nein, aber nach F6, wenn wir nochmal unvoreingenommen auf die Schirm gucken. Also was können wir, was können wir hier tun? Vielleicht. Oh, ich bin tricky, Jan. Ich bin richtig tricky. Dame F3. Ah, das sehe ich wahrscheinlich. Das sehe ich wahrscheinlich. Ach, Quatsch. Siehst du nicht? So. Ist zwar, ist zwar. Martin, einst, ein Porgas. Äh, wenn ich spreche vom Spiel oder so, dann klappt das gerade. Ähm. Kennst du das Buch Springergabeln von A bis Z? Nee. Ist ein super Buch bestimmt. Vielleicht hilft dir. Würde dir das helfen? Ach so, oh, ich bin so, oh Gott, bin ich lost. Du kannst einmal Springer F7 spielen. Genau, da muss man sich das Leben nicht zu schwer machen. Oh Gott, ist das lost. Die Fork des Vertrauens einfach. Die Fork des Vertrauens. Ja, haben wir gesehen, klar. Fork haben wir. Haben wir gesehen. Okay. Ich wollte hier nur den Chat testen. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist genug Information für heute, oder? Ich meine, so viel schottisches Gambit, das muss man erstmal verarbeiten, alles. Das verarbeiten wir erstmal, Jan. Wir gucken uns die VODs an, täglich, um 8 Uhr morgens. Klar. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder und dann baller ich dich weg mit Theorie. Dann war ich mit Theorie weggeballert. Aber es ist ja bisher, ist es ja meine Theorie noch. Also du musst da ja eine andere Theorie obendrauf legen. Und dann werde ich wieder sagen, nee, das ist Schwachsinn, was sie da in den Videos erzählen. Das mache ich nur für die Klicks. Also ich bin schon ein Theorie-Monster. So spielen, nicht mal stärker, aber Theorie können wir. Eine Frage. Ja, ja, ja. Wen müsste ich fragen nach Theorie, damit ich deine Theorie schlagen kann? Schlagen ist natürlich subjektiv. Die meisten Leute haben ja ähnliche Informanten. Ich denke mir, die züge ich auch nicht selber aus. Sondern man arbeitet halt mit Engines. Aber die Frage ist ja wahrscheinlich eher, wer sind bessere Theoretiker als ich? Und da gibt es relativ viele. Also ich bin schon ganz gut so in meinem Fachbereich. Aber die meisten aktiven Spieler, die das halt jetzt regelmäßiger arbeiten an ihren Eröffnungen. Die meisten aktiven Großmeister sind da wahrscheinlich. Na, die meisten aktiven Großmeister sind das schon nicht. Aber es gibt da schon viele, die beste sind als sie. Jan, wir wollen einen Namen haben. Okay. Wen? Was für einen Namen kann ich da nennen? Rustam? Rustam? Oder Mann? Sehr, sehr starker Theoretiker ist hier ja. Fabiano Caruana ist Sekundant. Also Rustam kann ja einige Tricks zeigen. Wobei letztes Mal hast du ja natürlich mit schottischem Gambit hier gegen Rustam und Ronny eine Gewinnstörung gekriegt, ne? Stimmt. Ey, ich stand mal auf Gewinn gegen einen Weltmeister. Kurzzeitig. Ja, Grischuk kannst du fragen. Dubov? Grischuk, ja. Dubov? Also das gleich ist... Schreib einfach an. Schreib mal. Die können ja einfach zu deren Chat kommen und dann sagst du denen hier, Jungs, eins in den Chat für Spanien G5 und zwei für C3. Das stimmt. Das können die machen, ne? Ja.